Aktuelle Zeitqualität. Es ist wieder Zeit für ein Video oder ein Podcast zur aktuellen Zeitqualität, weil es ist und bleibt sehr spannend. Bleib dran, nach einem kurzen Intro geht's gleich los. Deine Helga. Herzlich willkommen zu diesem heutigen Podcast und Video zur aktuellen Zeitqualität. Ich habe heute dieses wunderbare Geschenk der Natur, dass es Sonne ist, dass es sonnig warm ist, dass ich hier draußen auf meiner Terrasse sitze, die Vögel zwitschern, die Futterhäuser werden gut besucht und wenn ich hier so sitze, dann könnte ich fast in diesen Irrglauben verfallen, dass alles völlig normal sei. Alles läuft so wie bisher immer im Herbst. Ich stelle die Futterstation für die Vögel raus, hänge die Vogelhäuschen auf, fülle sie mit Futter und die Vögel kommen und futtern und fühlen sich wohl. Meine Tiere gehen raus, setzen sie in die Sonne, freuen sich. Die Sonne geht auf, die Sonne scheint, die Wolken ziehen am Himmel entlang. Alles scheint im Grunde wie jeden Herbst oder jeden Spätherbst. Und trotzdem, es ist nicht wie jeden Spätherbst. Es ist vollkommen andere Energie als die Jahre zuvor. Und das schon seit geraumer Zeit. Ich habe in vielen Videos immer wieder, auch dieses Bild, auch gerade in meinen speziellen Seelenpartner- und Dualseelenvideos, habe ich immer dieses Bild wieder beschrieben, dass die letzten Meter vor dem erfolgreichen Ankommen irgendwo, ob das jetzt auf dem Schwimmwettbewerb ist, dass du als Erster durchs Ziel bist und diese Meter noch schaffen, auch wenn du als Letzter durch bist, aber diese Strecke schaffen möchtest, sind die letzten Meter oft die heftigsten oder meistens sogar die heftigsten. Genauso, wenn du den Mount Everest oder einen großen Berg besteigst. Am Anfang fließt es noch einfach, klappt auch noch gut und dann wird es immer anstrengender, weil du bist immer höher, die Luft wird dünner, du bist schon lange unterwegs. Die Energie nimmt etwas ab und womöglich kommen noch widrige Umstände hinzu, wie in dem Fall beim Bergbild, Nebel, Winde, Regen, Kälte. Jetzt in unserem übertragenen Sinn, aber in unserem jetzigen Leben kommt dazu Beschränkungen. Das darf man nimmer, jenes darf man nimmer, das ist nicht gut und das und da, die Angst und jene Angst und wie geht es weiter finanziell, beruflich, bei vielen. Auch Krankheit ist ein großes Thema, gerade seit einem Dreivierteljahr. Krankheit, Krankheit. Was ist Krankheit? Krankheit ist etwas, das das System aus dem normalen Ballonsgefilde, aus dem normalen Ballonsfeld rausfällt. Das ist Krankheit. Der Körper kann sich sehr wohl, wenn er die nötigen Nährstoffe bekommt, die Entspannung bekommt, die Ruhe bekommt und wenn das Wissen da ist, was zu tun ist, wenn es anfängt zu zwicken im Hals oder wenn ein Niesanfall kommt oder wenn du merkst, oh, die Energie geht runter. Wenn du dann die richtigen Maßnahmen ergreifst, die der Körper ja oft intuitiv tut, nämlich Ruhe bewahren, weniger essen, mehr ausruhen, Tee trinken, Ingwer essen, Knoblauch essen, was ich mache, Zwiebel essen und gute Gewürze, die auch den Körper unterstützen. Wenn du das alles tust oder Nahrungsergänzungen, die dich unterstützen können, Vitamin C und was weiß ich alles, ich brauche das, da will ich ja gar nicht drauf eingehen. Es geht nur darum, dass du, wenn du rechtzeitig erkennst, dass dein Körper in eine andere Energie fällt, kannst du noch rechtzeitig entgegenwirken. Wenn du allerdings so stark im Verstand steckst und das nicht mitbekommst, sozusagen so stark in deinem eigenen Dilemma des Dramas drin bist, des bedürftigen Status, das mit mir kann man es machen oder ich bin abhängig von Punkt, 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 was auch immer, vom Partner, von dem, von jenem, von diesen Umständen und ich kann nicht raus. Also wenn du diesem Opfermodalitätenmodus läufst, und das tun wir ja ganz oft unbemerkt, dann wird es allerdings schwierig mit dem Erkennen, was gerade läuft. Und dann ist es halt zu spät und wirst du eben krank und das und das passiert. Genau der Worst Case trifft ein. Und genau das ist auch die derzeitige Zeitqualität, dass ganz viel ins bewusste Sein kommt, an die Oberfläche gespült wird. Durch das, was geschieht, wirst du dir immer mehr bewusst werden müssen, sozusagen. Ja, fast schon, du kommst ja nicht mehr drum rum, weil das äußere Feld so viel Spiegelresonanzen bietet, dass wir nicht mehr wegschauen können, was wir ja sonst auch gerne getan haben. Na ja, ist ja nicht mein Thema, es ist weit weg. Wenn irgendwas weit weg war, irgendwo in Afrika oder in Asien, na ja, das ist ja nun weit weg, wenn da irgendeine Krankheit stärker übergegriffen hat, konnten wir uns ja noch ein bisschen in Sicherheit wiegen. Ja, betrifft uns ja nicht. Nein, hat nie gestimmt, hat uns immer betroffen, wir waren immer involviert, es gibt keine Trennung. Und da die Schleier immer dünner werden, da ist die Energie immer mehr ansteigt, die Frequenz, die da ist, um die Wahrheit ans Licht zu bringen, was wahrhaftig wahr ist und um was es wirklich geht. Diese Schleier fallen, werden lichter. Dadurch wird es offensichtlicher, was immer gewesen ist. Es gibt keine Trennung, gab es nie. Wir sind nicht vom Leid der Tiere getrennt, die in Massentierhaltungen gequält werden, von Tieren, die auf Pelzfarmen, in minzigen Käfigen auf ihren Tod warten, damit irgendjemand einen Pelz tragen kann. Ich frage mich, wer braucht denn einen Pelz in heutiger Zeit? Wir haben Heizung, wir müssen uns immer mit Pelz kleiden. Das war vielleicht noch vor Urzeiten möglich und nötig, dass wir Pelz benötigt haben. Aber da haben wir die Tiere nicht in Massentierkäfigen gehalten, unwürdig gehalten, bis sie getötet werden. Da haben die gelebt und dann wurden sie halt erwischt vom Jäger und dann wurde das Fell verwendet. Wir sind so weit weg von jeder Natur, was die Ernährung angeht in vielen Bereichen, was die Tierhaltung angeht, was die Natur angeht, was wir der Natur antun, kommt zurück. Es muss zurückkommen. Es ist die Resonanz, die wir uns selber erschaffen haben über das, was wir getan haben. Und das ist die Zeitqualität, die wir gerade haben. Wir werden mit unserem eigenen, schäbigen Tun und Handeln und wie wir denken oder wie wir gedacht haben, konfrontiert. Und jetzt sagst du möglicherweise, ja, aber Helga, ich bin doch nicht so. Ich ernähre mich doch weitgehend bewusst. Ich mache das doch nicht. Ja, von oben betrachtet, oberflächlich gesehen, mag das stimmen. Allerdings, wer ist schon so bewusst, gewisse Konsumgüter nicht zu kaufen, weil sie unter unwürdigen, menschenunwürdigen Voraussetzungen gemacht wurden, wie Kleidung in Ländern, in Billiglohnländern oder was anderes wie Nahrung, die nicht mehr wirklich so groß wird. Es gibt Tomaten, die haben noch keinen Boden gesehen. Die sind in einer Nährlösung und da wachsen die und dann werden sie geerntet. Wir sind wirklich, wirklich weit weg von jeder liebevollen Resonanz mit der Natur. Und wir sind vor allem auch weit weg von einer liebevollen Resonanz mit uns selbst. Weil in uns selbst sind ganz viele destruktive Programme am Laufen. Jeder hat diese. Keiner kann sich davon ausnehmen und sagen, na, ich habe es nicht. Nur weil du es nicht siehst, heißt das nicht, dass du sie nicht hast. Und dieses Nichtwissen und dieses Nichtsehen befreit dich nicht von diesen Auswirkungen, die in dir stetig laufen. Dieses laufende Programm von, das du als Kind bekommen hast, von unwürdig dich fühlen, nicht gesehen fühlen, nicht gut genug fühlen. Und das versuchst du zu kompensieren. All das wird jetzt aufgrund dessen, weil das Licht heller scheint, in einem dunklen Raum, habe ich letztens ja das Beispiel gebracht, eine Kerze im dunklen Raum. Der Raum ist nicht mehr stockfinster. Nun wird aber die Kerze ersetzt durch eine Glühbirne. Nun ist es noch heller und dann kommt noch ein größerer Scheinwerfer. Dann wird es noch heller. Und je heller das Licht leuchtet, umso weniger kannst du es wegdrücken. Du versuchst es zwar noch, nee, ich doch nicht. Nee, also ich, es kann doch nicht sein. Versuchst es dir mündlicherweise schön zu reden. Kenne ich aus meinem Leben. Das ist irgendwie normal in unserem menschlichen Sein, Dinge und schön zu reden. Und wer macht das? Der Denker. Der Denker, die Denkerin sagt, nee, also so schlimm kann es nicht sein. Ich erfahre es jeden Tag in meinen Beratungen. Interessant, wie der Denker alles runterreduzt, sagt, naja, nee, so schlimm ist es nicht mehr. Wenn ich da mal geschickt Fragen stelle, und das kenne ich inzwischen, ich kann sehr geschickte Fragen stellen, um den Denker auszutricksen. Und dann kommen wir an den Schmerz ran, und dann ist es plötzlich ganz schlimm. Letztendlich war es immer ganz schlimm, weil der Schmerz so tief in dir drin sitzt und dich innerlich zerfrisst. Allerdings, wenn der Denker sagt, es ist nicht, glaubst du diesem Denker. Und was jetzt zur Zeit geschieht, ist ganz einfach physikalisch erklärt mit dem Licht, das herunterkommt auf diese Erde. Die Wahrheit kommt ans Licht, die Dunkelheit weicht dem Licht. Wir gehen in ein helleres, lichteres Zeitalter, und in diesem Zeitalter kann diese dunkle Energie nicht wirklich Bestand haben. Weil Licht vertreibt die Dunkelheit. Sie verdrängt sie. Das Dunkle kann nicht mehr existieren, wenn genügend Licht da ist. Allerdings, und das spürt jeder von euch gerade, das spüre ich, wenn ich in Resonanz gehe mit der Erde, mit den Menschen, mit den Anruferinnen und Anrufern. Es ist eine sehr große, schwere Energie, die über die Erde drüber schwappt, die uns begrenzt, uns noch einmal an all diese negativen Wusen unserem Unterbewussten hinweist und drauf zeigt. Und sagt, guck mal, was ist das für ein Mist, was wird da gemacht, welche Tierversuche werden im Labor unternommen, nur damit wir gute Kosmetika haben, damit wir Medizin haben, die wir gar nicht benötigen. Wir könnten ja anderes machen, wir bräuchten ja nicht irgendwie für einen Schnupfen, nicht unbedingt gleich einen Hammer, sondern man kann mit Naturheilmitteln was tun. Aber da sind wir nicht mehr drin in diesem Feld. Oft wird es vergessen, dass Naturheilmittel schneller wirken würden als irgendein medizinisches Präparat, was mit Tierversuchen getestet wird, wo Tiere leiden, wo Tiere bei lebendigem Leib ständig Schmerzen erleiden. Wo ist da die Menschlichkeit geblieben? Wo ist da die Liebe geblieben, frage ich mich? Und all das kommt auf den Tisch und das ist die Zeitqualität. Wir können es uns nicht mehr schönreden. Wir können nicht mehr aus diesem, was wir erleben, nur das Schöne sehen. Wir werden mit der Nase an den Dreck gestupst. Und das ist die Zeitqualität. Und die ist nicht angenehm. Das ist eine ganz heftige Energie, die dich voll in den Schlamm wirft und sagt, schau mal hin, was machst du mit dir, inwieweit bist du dich selbst im Opfermodus haltend, warum stehst du nicht auf und änderst dein Leben? Weil jeder kann nur sein Leben erstmal für sich verändern. Wir fangen auf dem Großen an. Ja, im Außen wollen wir alles ändern. Wir wollen die Menschheit retten und dies und den Anderen retten. Frag dich nur, vor wem du den Anderen retten möchtest. Vor dir selbst oder vor was genau? Rette doch lieber mal dich selbst. Die derzeitige Zeitqualität und Energiequalität sagt dir eindeutig, rette dich erstmal selbst. Heile dich erst einmal selbst. Bevor du beim Anderen anfängst, etwas zu verändern, schau genau bei dir hin. Nicht im Außen. Das Außen ist die Ablenkung des Verstandes, des Ego-Verstandes, des Denkers. Ablenkung ging bislang ganz gut. Wenn nicht genügend Licht da ist, kann man sich sehr gut ablenken. Und das haben wir auch gut getan, die ganzen Jahrzehnte, Jahrhunderte. Ablenkung. Fernsehen schauen, Videos schauen, Bücher lesen, dich mit Freunden treffen, mit Familien mit dir treffen, mit Reisen. All das wird gekappt. All das wird runtergefahren auf ein Minimum oder sogar ganz gekappt. Und was heißt das? Du kannst nicht mehr ausweichen. Du kannst dich nicht mehr ablenken. Du kannst nur hinschauen. Du kannst nicht mehr dich verstecken vor all diesen Erfahrungen und Resonanzen, weil sie dich so stark im Mügegriff haben, dass es unmöglich ist, nicht hinzuschauen. Und selbst wenn du es versuchst, nicht hinzuschauen, dann wirst du sehen oder spüren, dass der Körper leidet, dass deine Seele leidet, dass du eine Schwere in dir spürst, die du nicht losbekommst. Einfach so mit Ablenkung oder einfach so, indem du so weitermachst wie bisher. Weil das ist die alte Welt und die alte Welt hat keinen Bestand mehr in der neuen, lichtvolleren, leichteren Zeit, die jetzt immer mehr anfängt, sich zu zeigen. Die derzeitige Energie ist schwer. Sie ist allerdings deswegen schwer, weil wir noch einiges in uns transformieren dürfen. Und vor allem dürfen wir, jeder von uns, selber sich am Schopf aus dem Schlammloch herausziehen und sich selber wieder in die Schöpferkraft bringen und raus aus dem Opferdenken und Opferhandeln gehen. Die derzeitige Energie und Zeitqualität ist also eine, die dich in die Schöpferkraft zurückführen möchte, in das klar erkennen, was bei dir nicht gut läuft. Und da sind wir auch wieder bei meiner eigentlichen ursprünglichen Arbeit, die ich jeden Tag mache. Warum werden denn momentan so viele Menschen ihrem Seelenpartner sozusagen schicksalmäßig zugeführt, lernen einen Menschen kennen, mit dem sie eine so starke Verbindung auf einer seelischen, telepathischen Ebene haben, aus der sie sich nicht rausnehmen können, selbst wenn es der Verstand noch so sehr möchte? Die Antwort ist ganz einfach. Es geht ums Hinschauen. Denn genau dieser Mensch kann so gut wie kein anderer bis dann in deinem Leben auf den wunden Punkt bei dir drücken. Und genau dasselbe machst du bei deinem Seelenpartner, bei deiner Dualseele. Und genau aus dem Grund wird es gefügt in dieser großen Menge und wird offensichtlich, dass wir aufgrund von der Erkenntnis, wir sind nicht von unserem Seelenpartner getrennt, wird dir auch bewusst werden, dass du eigentlich von niemandem getrennt bist. Du bist mit allem verknüpft. Unsere Erde ist ein Lebewesen. Wir sind Teil dieses Lebewesens. Wir können uns nicht einfach jetzt rausnehmen, da wir ein Teil des ganzen großen kosmischen Spiels oder Schauspiels sind, das derzeit läuft und das uns selber in eine höhere Schwingung bringen möchte. Aus dem Grund ist alles, was gerade ist, zwar anstrengend und schwer, aber alles scheint für mein Empfinden genau das zu sein, was nötig ist, damit dieser Aufwachprozess beschleunigt wird und du dich immer mehr bei dir ankommen lässt. Du selbst hast die Power, du selbst bist dieses Schöpferwesen, das die Macht und die Kraft hat, Dinge zu verändern, allein über deine mentale Stärke, über die Schöpferkraft, die dir geschenkt wurde, die du immer hattest. Dein derzeitiges Leben hast du dir erschaffen oder wurde über das, was du denkst, fühlst, im Unterbewussten schlummert, erschaffen. Allerdings natürlich nicht zu deinem Wohle, weil die Programme sind nicht positiv, sie sind negativ, sie sind destruktiv und nun ist die Zeit gekommen, wo das zu verändern ist. Denn wir können nicht entfliehen, wir sind Teil der Erde, wir können nicht einfach ein Raumschiff nehmen, unsere neue Welt suchen und dann dort weitermachen. Wir sind eine abgeschlossene Sphäre und alles, was wir in dieser Welt tun und was nicht wirklich dem kosmischen Gesetz entspricht, zum Wohle des großen Ganzen, in Liebe geschieht, wird uns aufs Butterbrot geschmiert. Auf gut Deutsch gesagt, wir bekommen es als Resonanz zurück und die Resonanz ist unangenehm. Die Resonanz schmeckt uns nicht, ja, aber wir haben es erschaffen. Als kollektive Menschheit haben wir das, was wir derzeit haben, erschaffen. Und das sollte dir bewusst werden. Und wenn es dir bewusst ist, umso besser, dann beginne die Veränderung bei dir zu erzeugen. Im Großen wie im Kleinen, im Kleinen wie im Großen, Innen wie Außen, Außen wie Innen. Es gibt Nulltrennung. Und wenn dir das erst einmal wirklich bewusst ist, wenn du das wirklich in dich reinsacken lässt, dieses Erkennen in dir Fuß fassen kann, sich wie ein Samen in dir aufblüht, wie ein Samen, der Wurzeln bekommt, der dann aufblüht und eine wunderschöne Pflanze, eine wunderschöne Blume oder ein kräftiger Baum sich daraus entwickelt. Wenn das einmal bei dir anfängt zu wachsen, bist du auf dem Weg, dich aus diesem negativen Energiefeld selbst zu befreien. Und nur du kannst es tun. Kein anderer hat diese Macht, dich zu befreien. Und was ich zurzeit ganz oft höre, ist diese Flucht in die geistige Welt. Ich höre ganz oft nach, ja, ich verstehe alles, Helga, ich mache ja viel mit der geistigen Welt. Ich arbeite mit der geistigen Welt und die wird das dann für mich schon richten. Die wird mich schon unterstützen. Und dann hoffe ich mal, im übertragenen Sinne, es wird anders ausgesagt oder ausgesprochen, dass mir die geistige Welt mich aus dem Schmerz befreien möge. Ich kann dir nur eines sagen, wenn du auf die geistige Welt dich verlässt, dann bist du erst mal verlassen, weil die geistige Welt hat nicht die Aufgabe, dich zu befreien. Das wurde mir auf meinem Lebensweg oft genug gesagt. Wenn ich wirklich ganz unten war und nimmer weiter wusste, habe ich auch meine geistige Welt und mein Geistführer um Hilfe gebeten. Also möge mich doch bitte erretten. Und was war die Antwort? Helga, zieh dich selber raus. Du hast die Macht. Ich kann es für dich nicht tun. Ich kann dir Infos und Tipps geben, was du tun könntest, aber machen musst du es schon selbst. Ich bin da nicht derjenige, der dafür verantwortlich ist. Ich kann dich nie unterstützen. Ich mache es auf eine feine energetische Art und Weise, aber letztendlich bist du in der physischen Welt und du hast es zu tun. Und genau diese Info gebe ich heute in diesem Podcast an dich weiter. Bitte, komm bei dir an. Verlasse dich nicht auf das Außen, dass ein anderer dich erretten wird. Dass Gott dich erretten wird. Dass die geistige Welt dich erretten wird. Das ist nicht das, um was es geht. Es geht darum, dass du selbst erkennst, dass du der Schöpfer bist, auf den du dich anscheinend im Außen verlassen möchtest. Du selbst bist es. Es ist kein anderer da, wie du selbst. Du bist nicht getrennt. Du bist das Ganze. Und das ist das, was gerade geschieht. Wir erkennen, dass wir nicht diese armen kleinen Würmchen sind, Würstchen sind, die nichts tun können, sondern dass wir alles verändern können, wenn wir es nur tun. Das ist derzeit das, um was es geht. Und genau diese Energie und Zeitqualität, die wir gerade haben, hilft uns, in diese Power zu kommen, um es zu erkennen. Und ich wünsche dir von ganzem, ganzem Herzen, dass du diese Erkenntnis in dir findest. Dass du dieses Wissen, das ja da ist, anschaust und nicht wegschaust. Wegschaust. Schau genau hin. Und wenn du genau hinschaust, dann ermächtige dich bitte, aus dem Opfermodus rauszugehen, in die Schöpferkraft einzutauchen und nutze die Werkzeuge, die da sind. Es gibt so viele wunderschöne, wirksame Hilfsmittel, Werkzeuge. Allerdings ist jedes Werkzeug nur so gut wie der, der es benutzt. Und wenn du das Werkzeug, das du kennst und hast, nicht jeden Tag benutzt, es im Schrank einfach versteckst, nützt es dir reichlich wenig. Und das genau macht der Ego-Verstand. Du hast genügend Möglichkeiten, Werkzeuge, es zu tun. Allerdings, das innere Opfer in dir sagt, na, ich kriege es nicht hin. Ich kann es nicht machen. Ich arme, ich arme. Nee, die anderen müssen mal, die können mir helfen. Ich selber kann es ja nicht. Ja, das geht nicht mehr. Aus diesem Schlummer darfst du jetzt erwachen, du liebe Seele. Und alles im Außen ist dazu angetan, dass du aufwachst. Und es rüttelt ganz mächtig im Gebälk. Ein starkes Erdbeben, ja. Allerdings, anscheinend brauchen wir diese starken Erdbeben. Sonst werden wir als Menschheit wohl nicht wirklich wach. So scheint es zu sein. Ich wünsche dir jetzt, wenn du bis zu diesem Punkt durchgehalten hast und dir alles angehört hast und nicht weggeklickt hast, weil es dir zu schwer, zu destruktiv, zu herausfordernd ist, dann kann ich dir nur eines sagen. Gratulation, du bist dieses Wesen, du bist diese Seele, die hierher gekommen ist auf diese Erde, um genau zu dieser Zeit diesen großen Transformationssprung mitzugestalten, mitzubewirken und dich zu transformieren. Und nicht ohne Grund bist du hier, nicht ohne Grund bist du deiner Dualseele, deinem Seelenpartner begegnet, nicht ohne Grund bist du hier auf diesem Kanal gelandet. Nicht ohne Grund ist das alles gefügt worden. Und jetzt geht es nur noch darum, diesen Weg konsequent weiterzugehen für dich ganz persönlich und dich selbst aus dem Schlamme herauszuziehen, bildlich gesprochen, die negativen, destruktiven Programmen und Strukturfelder in dir zu verändern und damit deine Schöpferkraft dahingehend zu nutzen, das zu erschaffen, was für dich angenehm ist, in Liebe Neues zu kreieren. Selbstliebe ist natürlich der Schlüssel, aber auch die Liebe an sich generell. Dieses große Band, das alle Menschen im Grunde ganz eng und telepathisch, energetisch verbindet, die dich mit allen Lebewesen auf dieser Erde in Liebe verbindet. Diese Liebe ist der Schlüssel und denn die Liebe ist in dir, auch wenn du sie möglicherweise zur Zeit nur ab und zu fühlst, ist sie da. Sie ist nur von ganz viel Unrat, Müll, Dunkelheit, Schwere überdeckt. Und räume bitte das Ganze weg, schmeiß es raus, gib es ab und dann wird das Licht in dir wieder leuchten. Deine Schöpferkraft wird wieder das tun können, was sie bisher auch getan hat, nämlich dich in dein Leben kreieren. Allerdings dann in einer lichtvollen, wunderbaren, liebevollen Art und Weise. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen, du liebe Seele. Und ich sage jetzt, mach weiter. Lass dich nicht vom Außen zu sehr ablenken. Bleib bei dir. Geh in die Tiefe. Ende dein Setting. Und wenn du Fragen haben solltest, nicht wirklich siehst, was denn gerade dein nächster Schritt ist, bin ich sehr gerne für dich da in einem persönlichen Gespräch. Ich wünsche dir jetzt von Herzen alles Liebe. Komm gut weiter auf diesem heftigen Transformationsweg weiter. Und ich schicke liebe Grüße zu dir rüber und sage Tschüss, bis zu einem meiner nächsten Videos. Deine Helga Deine Helga Deine Helga Deine Helga Deine Helga